Willkommen zurück zu einer Runde League of Legends mit mir als Jin in Nexus Blitz auf Nexus Blitz, ach ich hab doch keine Ahnung, jedenfalls spiel mir in Nexus Blitz und das letzte Game, falls ich's hochgeladen haben sollte als Maokai, das war grauenvoll und trotzdem haben wir gewonnen, aber auch nur wegen dieser einen Sache, dass ich auf einmal die ganzen Nexi, Nexus, was ist die Mehrzahl von Nexus, ich hab doch keine Ahnung, ist irgendwas egal, wir haben das Spiel demnach gewonnen und darüber war ich irgendwie mehr oder weniger froh, das erste Spiel, das ich am heutigen Abend gewonnen habe, verloren, ich bin schon mittlerweile in diesem Zwang, dass ich jedes Spiel verliere, jedenfalls in diesem Mode und wir sehen uns gleich wieder, sobald ich im Game bin. Ja, und da sind wir ja auch schon, wir fangen ganz normal an mit Durans Lost Blade, haben die auch einen Jin? Nein, haben sie nicht, Schäcke und die sind, das wird ja glorreich, richtig fabelhaft, und die haben auch einen Maokai, und eine Lissandra, sowie einen Nasus, lol, ha, zwei dumme Ein-Gedanke, und schon wieder ein Tito in meinem Team, bm, das gehört sich aber nicht, Nein, der hat mir, der hat mir den CS geklaut, schon wieder, diesmal nicht, geht der runter, sehr schön, den Out-Attack hat dann ja auch gereicht, aber egal. Well done, ich gehe jetzt mit Base, na, es reicht auch für den Bear Sword, alles, was ich jemals wollte, und viel mehr. Grace ist auch ein richtig starker Champion, sollte ich auch mal spielen, bei Gelegenheit. Ich würde mal sagen, Wiedersehen. Da kommt mal hier eine Bombe rein. Wenigstens zwei Kills bis jetzt abgegriffen. Der Tito. Ah, was macht unser Team da? Was macht unser Team da? Irgendwie nicht viel bis jetzt. Tito, was machst du, Mate? Die sollten eigentlich gemeinsam junglen, nicht gegenseitig. Aram, wir spielen Aram, mal wieder. Ah, reicht nicht. Da würde ich nicht reingehen, an seiner Stelle. Ich hole mal kurz meinen Razor. Ich habe alle drei Kills aus unserem Team. Muss carryen. Schön gemacht. Wir warten mal kurz. Wir warten mal kurz. Art should terrify. Wiedersehen Wunderbar, was bekommen wir? Ich weiß es nicht Ah, Blitzcranks Blessing, ja gut Das bringt eigentlich gar nicht mal so viel Oh 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 Ich geh mal kurz basen Kauf mir das Item Cheetor ist tot Ja Der ist absolut tot Er wird gesehen Oh 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 Tja, das war mal funny, sah auch sehr kurios aus. Ich dachte ich würde mehr Damage machen. Wenigstens hat einer drauf gehört, einer von fünf beziehungsweise vier, mich nicht eingerechnet. Broken Champion. I must wait for the position to guess right. Passt auf. What are you doing? Ah, das wäre zu episch gewesen. Der kommt glaube ich nicht mehr zurück. Was? Die haben... Die haben surrendered. Ach, kommt schon. Das war mal ein gutes Spiel von mir. Und dann surrendern sie... Nein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.